Hallo. Ja, ich habe heute die Freude, ich bin der Waldengel. Unter dem Namen bin ich bekannt im Wald schon seit ein paar Wochen und versuche die Aktivistisch zu unterstützen mit meiner Kompetenz und bin auch ein Teil der Danni-Eltern. Und als diese spreche ich jetzt zu euch allen und freue mich über all die Danni-Eltern, die ich in den letzten Wochen kennenlernen durfte. Wunderbare Familien, wunderbare Eltern. Und wir können von uns sagen, wir haben keine Verbrecher großgezogen, sondern wir haben junge Menschen großgezogen, die zu ihrer Meinung stehen. Wir haben sie gelehrt, dass sie in diesem Land eine Meinung haben dürfen und dass sie dafür aufstehen dürfen. Und dafür gehört unser Chapeau, denn unsere Generation hat viel zu lange auf dem Sessel gesessen. Ich danke euch, ihr Aktivisten. Ja, und als Danni-Eltern hatte die Danni eine wunderbare Idee. Heute ist Nikolaus und in den Familien wird Nikolaus gefeiert. Ein ganz besonderer Tag für Kinder. Und wir haben diese Nikolaus-Aktion gestartet und sind überwältigt von den tausenden Paketen aus ganz Deutschland. Ich danke, Janne, dass du das angestoßen hast. Und danke allen Danni-Eltern, die heute hier sind mit Punsch, mit Plätzchen, mit Buttons. Schaut euch um, ihr könnt überall Menschen sehen, die eben diese wunderbare Generation mit ins Leben gerufen hat und auch heute hier steht. Der Ablauf ist folgendermaßen. Nach all den Reden, die wir jetzt hören werden und auf die wir uns sehr freuen, auf die Musik, die wir noch hören werden, werden wir danach die Geschenke noch zu den bestehenden Strukturen in den Wald bringen. Und ich bitte euch, euch da anzuschließen, um ein Danke zu sagen, die, die jetzt immer noch da drin sitzen, eingekesselt sind und für uns diesen Wald und dieses Klima verteidigen. Also schließt euch nachher alle an. Die Aktivistis, die im Moment nicht in Aktionen sind, die hier im Camp überall sind, die uns jetzt hören, euch bitte ich, kommt hierher zur Bühne. Ihr alle bekommt ein Nikolausgeschenk um ein kleines Dankeschön. Und es ist nicht viel, aber es ist ein Danke, was von Herzen kommt. Wir haben überwältigende Briefe bekommen, wunderbare Karten für euch. Wir können sie leider nicht alle vorlesen. Die Menschen sind euch dankbar. Danke!